25 Jahre Einheit, Sondersendung auf TV Berlin. Heute ist mein Gast Lothar de Maizière und er war stellvertretender Ministerpräsident schon in der Modoregierung ab November 89 und dann Ministerpräsident seit April oder ab April 1990 bis zum 2. Oktober 1990. Warum sind Sie eigentlich, das muss ich Sie noch mal fragen, in die Modoregierung eingetreten? Sie haben doch gewusst, dass der völlig andere Gedanken und Ideen hat. Ich habe mich damals auch mit den Liberalen unterhalten, die ja auch noch Mitglied der Regierung waren. Wir waren der Meinung, wenn wir nicht eintreten in die Regierung, dann würde die Bevölkerung eine rein SED-geführte Regierung nicht mehr hinnehmen, nicht mehr akzeptieren. Wir haben gesagt, wir müssen also als Korrektiv da drin sein, wir müssen auch andere Akzente setzen. Ich habe ja zum Beispiel meine Teilnahme an dieser Regierung abhängig gemacht davon, dass in der Verfassung die führende Rolle der SED gestrichen wurde. Was ja dann passierte. Ja, natürlich wurde. Anfang Dezember wurde es zur Verfassungsänderung, wo also ausdrücklich die Worte, wo der Staat der Unterführung der SED, den sozialen Unterricht, das wurde gestrichen. Wir haben später auch durchgesetzt, dass also Privateigentum an Produktionsmitteln erlaubt wird und Privateigentum an Grund und Boden für gewerbliche Zwecke und ähnliches. Also wir haben auch schon versucht, einige Flöcke in Richtung Marktwirtschaft zu setzen. Aber wichtig war mir, dass wir die Vorherrschaft der SED in Frage stellen. Und das ist immerhin knurrend hingenommen worden. Aber es ist passiert. Und nun sind wir in dem Zeitraum Ende November. Hans Modo hält eine Regierungserklärung, spricht von einer Vertragsgemeinschaft, sprich DDR soll bestehen bleiben, BRD soll bestehen bleiben, aber wir schließen Verträge und helfen uns gegenseitig. Ich meine, das hatten wir vorher auch schon in anderer Weise. Aber dann kommt der Zehn-Punkte-Plan, Regierungserklärung des Bundeskanzlers in Bonn, glaube ich, am 29. November. 28. November. 28. November. Also kurz danach. Und Sie sitzen in Ost-Berlin und wissen, dass das die Einheit bedeutet? Oder haben das? Oder was haben Sie gesagt? Ich habe das schon. Also zum ersten Mal war erkennbar, dass eine bewusste Antwort auf Modo war, auf die Regierungsbildung in der DDR. Außerdem, der Gedanke der Einheit lag schon damals in der Luft. Die Leute sprachen zwar nicht aus unbedingt, denn Deutschland einig Vaterland war erst im Dezember in Leipzig die Losung. Ihre Nationalhymne der DDR? Ja, ja. Die Auferstande aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland einig Vaterland. Und diese Hymne durfte seit 1964 nicht mehr gesungen werden, ab der neuen Verfassung der DDR. Wir hatten eine Hymne für Blechorchester, Blasorchester und zum Summen, habe ich immer gesagt. Wir summen unsere Hymne. Und die Menschen haben sich in der Demonstration in Leipzig ihre Hymne zurückerobert, wenn man so will. Lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland einig Vaterland. Und ich glaube, dass der Traum von der Einheit bei vielen, vielen Menschen ohnehin immer da war, aber der war so absurd, dass man sich sogar den Traum verboten hatte. Nun konnte man ihn aber wieder träumen. Träumen erst mal. Träumen erst mal, natürlich, aber schon eine ganze Menge. Er rückte wieder in Realität und dieser Zehn-Punkte-Plan sagte, auch am Ende wird es das sein. Ich weiß auch nicht, ich habe mich mit Kohl nie unterhalten, welchen Zeithorizont er dabei hatte, aber sicherlich ein paar Jahre. Aber zumal auch er als Realpolitiker ja wusste, wir müssen ja erst mal sehen, wie die vier Siegermächte sich dazu stellen. Aber es driftete in diese Richtung und ich kann nur noch sagen, am 15. Dezember wurde auf meinen Drängen ein CDU-Parteitag abgehalten. Ich war ja von dem Hauptvorstand gewählt worden, dessen Legitimation ich sehr in Zweifel zog. Und es kam dann zu einem Parteitag in Berlin im Theater Kosmos und dort haben wir dezidiert die Deutsche Einheit als Ziel der Politik meiner Partei dargestellt und haben gedacht, wir trennen uns auch von den sozialistischen Gedanken, die auch in der CDU breit vertreten waren. An dem Tag beim Parteitag kamen viele Leute nach vorne, die mir auf das Parteibuch auf den Tisch klatschen, dann klärten sie Träten aus. Verrat! Verrat! Also es sind in der Zeit damals ungefähr 3000 Mitglieder ausgetreten. Da waren durchaus Leute bei, die mir sympathisch waren, kluge Leute waren, aber die einfach den Kurs nicht mitgehen wollten. Insofern waren sie auch wieder ehrlich, dass sie sich zu sich selbst gestanden haben. Und ich weiß, dass das am nächsten Tag eine Kabinettssitzung war, da wurde ich doch ziemlich schief angesehen. Vor ein paar Wochen wären sie noch verhaftet worden. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber außerdem war ja klar, auch der Modo-Regierung war klar, dass sie einen zeitlich begrenzten Auftrag hat. Ich habe damals mit Modo verhandelt und auch mit Kirchenleuten. Ich habe damals den Bischof Leicht aus Thüringen und Kardinal Scherzinski aus Berlin zu ihm gebracht. Und die fragten der Ministerpräsident, welche Ziele haben die jetzt in der Regierung. Und das hat mich damals doch sehr erstaunt, dass Hans Modo sagte, ich möchte mit dieser Regierung, mit diesem Volk ohne Hunger, ohne Frieren, ohne Blut über den Winter kommen und freie Wahlen erreichen. Also es war immer klar, am Ende stehen freie Wahlen. Und wie weit er gehofft hat, dass die SED diese noch gewinnen könnte, das kann ich nicht einschätzen. Bleibt sein Geheimnis. Aber vermutlich hat er gedacht, dass die SED gewinnen wird. Ich meine, darüber wollen wir nicht spekulieren. Bleiben wir mal bei Ihrem Weg. Sie sind die erste Partei in der DDR, die nun im Parteiprogramm verankert, Deutsche Einheit ist unser Ziel. Hat Sie der Bundeskanzler der Bundesrepublik dann angerufen? Nein, hat er nicht getan. Haben Sie den überhaupt jemals vorher schon getroffen gehabt? Nein, ich hatte ihn vorher nicht getroffen. Ich habe ihn auch als erstes Mal gesehen, habe ich ihn wenige Tage später, am 22. Dezember, bei der offiziellen Öffentlichkeit des Brandenburger Tores. Im strömenden Regen. Im strömenden Regen. Und auf seiner Westseite kamen Kohl und Genscher und Rudi Seithers. Und auf unserer Seite kamen Murthrow, Oskar Fischer und ich gingen dahin. Aber Kohl hat mich nicht mal begrüßt. Er wollte... Ja, der war zu groß, der hat immer wieder... Nein, 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 das war was anderes. Er wollte, wie viele andere, wollte er mit der Blockflöten-CDU eigentlich nichts zu tun haben. Die galten eben als Anhängsel der SED. Und es entstanden ja in der DDR neue Parteien, neue Gruppierungen, so der demokratische Aufbruch. Und im sächsisch-thyrischen Raum die DSU, das war so ein CSU-Ableger. Die CSU-Leute hatten begriffen, mit der Einheit Deutschlands wird Bayern nicht größer. Also müssen wir uns neu verbündet. Da haben wir da drüben noch neunpart. Und der CDU-Vorsitzende West, Herr Helmut Kohl, war als Bundeskanzler. Hat sie überhaupt nicht beachtet? Nein. Hat über mich hinweg gesehen. Aber er hätte doch wissen können, dass die CDU vielleicht eine Rolle spielen wird. Ja, bis dahin war ihm das wohl noch nicht so klar und er wollte das auch nicht. Obwohl es für mich erstaunlich war, denn schon vorher hatten Ortsverbände von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen zusammengehuckt. Und die haben auch schon zusammen Weihnachten gefeiert und solche Geschichten. Also auf der unteren Basis hatten die sofort Begriffe, wer gehört zu wem. Aber es gab in der bundesdeutschen CDU, insbesondere in der Führungsspitze, zwei Gruppierungen. Die einen waren für den Kontakt mit der Ost-CDU, die anderen waren gegen den Kontakt mit der CDU. Und unser Pech war, dass die, die für den Kontakt mit der CDU waren, waren durchgängig die Leute, die ein Jahr vorher gegen Kohl geputscht hatten auf dem Parteitag. Das war Pech, aus ihrem Sinne. Also Rita Süssmuth war für einen Kontakt, Lothar Späth war für den Kontakt. Walter Wallmann hat mich sehr früh besucht, also vor allen anderen. Eberhard Diebken war der Meinung, dass wir zusammenrücken müssen und so weiter. Aber dagegen war natürlich Rühe und andere, die mit uns nicht zu tun haben. Das ist Geschichte, aber wir wollen ja diese Geschichten hören. Sie marschieren durch, der Begriff passt nicht, ist zu militärisch. Sie machen Ihren Weg, der runde Tisch kommt, Sie nehmen teil. Die ersten freien Wahlen werden beschlossen, finden am 18. März statt. Und Sie sind der Sieger, plötzlich. Haben Sie damit gerechnet? Alle Meinungsumfragen vorher waren nämlich nicht so. Ja, die Meinungsumfragen vom Januar, die SPD vorne sahen. Du musst mal dazu wissen, sie waren von einem Institut gemacht worden. Das Einzige, was das konnte, das Institut für Jugendforschung in der DDR. Und erstens war es eine Telefonumfrage. Und wer hatte schon Telefon in der DDR? Die SPD-Genose. Ja, eben, nicht? Und zweitens sagte diese Aussage, erst 40 Prozent der Wahlberechtigten hatten sich entschieden zu dem Zeitpunkt. 60 Prozent waren noch unentschieden. Und ich habe das damals ziemlich genau analysiert und gesagt, pass mal auf, die Unentschieden, die 60 Prozent, das sind die Arbeiter und das ist das flache Land und die Bauern und so weiter, das ist unsere Klientel. Die müssen wir ran. Und als ich dann auf die Wahl zulief, habe ich nicht gedacht, dass ich, also sagen wir mal, den Sieg in der Größenordnung nicht, aber mir war klar, wir werden ein sehr achtbares Ergebnis haben. Ich hatte angenommen, es wird so eine Paz-Situation geben. Wir werden so 50-50 sein. Als aber dann am Abend des 18. März die erste Hochrechnung kam mit 40,8, war mir klar, jetzt läuft ein Amt auf dich zu, da kannst du auch nicht mehr ausweichen. Aber Sie wollten ausweichen. Wir beide haben ja einen Tag später ein Interview geführt. Da haben Sie gesagt, war dann auch unsere Schlagzeile, ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Ja, wissen Sie, ich war ja nun schon Mitglied der Motorregierung gewesen und kannte, was alle Wessis nicht kannten, das Schürer-Papier und wusste, wie die Wirtschaft die Situation hat. Ich wollte noch mal kurz erklären, das war das Papier, wo die DDR für Bankrott erklärt wurde. Richtig. Planungschef der SED. Ja, es waren fünf Leute, Schürer, der Planungschef, Beil, der Außenhandelsminister, Hertha König, die damals im Finanzministerium für die Devisenwirtschaft zuständig war, Arno Polz, der Außenhandelsbank und der sattsam bekannte Schalko Lutkowski. Und die haben wöchentlich darüber gebrütet, wie können wir die Zahlungsfähigkeit der DDR aufrechterhalten. Und die kriegten nach Honeckers Sturz den Auftrag, macht mal einen Kassensturz ungefähr. Und da gab es ein Papier, das sie zur Politbürositzung am 31. Oktober 1989 eingereicht haben. Das Papier datiert vom 27. Oktober. Und da kann man nachlesen, dass die DDR pleite ist. Und das kannten Sie? Das kannte ich. Also Sie wussten also, was auf Sie zukommt? Also ich wusste, dass ich letztendlich kein Ministerpräsident, sondern so eine Art Konkursverwalter werde. Und mir war auch klar, für Betriebe und Unternehmen gibt es eine Konkursordnung, wie man sowas macht. Aber für Staaten gibt es keine Konkursordnung. Da muss man selber erfinden, wie man das bewerkstelligt und wie man die Menschen mitnimmt. Mir war klar, deutsche Einheit. Aber ich wollte, dass die Menschen in Würde in die Einheit gehen, dass sie in ihrer Biografie beraubt werden. Und dass den Wahl sich abstreifen und es nicht zu wollen, das ging nicht, weil sie ein pflichtbewusster Huguenot und Preuß waren. Genau das ist es. Also ich habe mich nicht danach gerissen, aber ein bisschen bin ich so erzogen worden, wenn sowas auf ihn zukommt, muss man hinstehen und das machen und mit Anstand und mit Würde machen. Und es gab damals auch in meiner Umgebung Leute, die sagten, ob das das Richtige für dich ist und sei es drum. Sie haben gesagt, ich zweifle nicht, ich mache das. Wir machen jetzt eine kleine Pause wieder. Denken jetzt weiter mit Luther de Maizière in unserer Sondersendung 25 Jahre Einheit. Und es sind tolle Geschichten, die wir heute hören und es wird gleich, gibt es eine schöne Anekdote, die nehme ich aber noch nicht vorweg, nämlich bei der Vereinigung in der Volkskammer. Sie sehen, er lacht schon und es ist wirklich eine schöne Geschichte. Bleiben Sie dran. Geht gleich weiter. Geht gleich weiter.